Liebe Technohörer, liebe Freunde der elektronischen Musik, ich befinde mich genau auf der Bühne hinter mir. Mein alter, uralter Freund, Gisestrici. Es sind noch ein paar alte Hasen da. Ich bin auch ein alter Sack. Aber im Publikum, und jetzt wird es spannend, da sind ganz viele junge Leute, also es mischt sich. Das ist spannend. Wie heißt die Veranstaltung? Ja, da habt ihr ja draufgeklickt, das müsst ihr wissen. Hypnotic, gute Unterhaltung. Was hört man auf. Ja, da habt ihr toen bald bald youtubers. Ich bin auch ein K DOM gleichzeitig. Wie ist es? Das ist ein Kốn Hayter. Ja, wir ver problematisch. Ah, das ist aber schön. Geilen, die sich gut zu weinen kennen. Aber im Publikum ist ein K Edwards. Wie ist özel? Wie ist es? Wie ist es? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Das war's.